Untertitelung des ZDF, 2020 Das stimmt. Einer der Gründe, wieso ich mich in dich verliebt habe. Ich habe seit 30 Jahren kein Wort mit meinem Vater gesprochen. Ich weiß überhaupt nichts von ihm. Er hat sich ausschließlich mit der Suche nach seinem Peiniger von Auschwitz beschäftigt. Er hat ihn nicht gefunden. Weißt du Bescheid über den Holocaust? Mehr oder weniger würde ich sagen. Und dein Vater? Kanntest du deinen Vater? Mehr oder weniger würde ich sagen. Können Sie vor, mich umzubringen? Was machst du hier in diesem gottverlassenen Kaff? Ich suche einen Nazi-Verbrecher von Auschwitz. Und was machst du, wenn du ihn findest? Ist das nicht ziemlich gefährlich? Gefahr ist mein zweiter Vorname. Jetzt weiß ich, wer Sie sind. Sie haben mal zusammen mit Mick Jagger gesungen. Eigentlich hat Mick Jagger mit mir gesungen. Kannst du This Must Be The Place spielen von Akkut Fall? This Must Be The Place ist von den Talking Heads. Was machst du? Bist du auf der Suche nach dir selbst oder sowas? Ich bin in New Mexico, nicht in Indien. Aufwand mit magischemisch. Und ich bin in Indien. Bis zum nächsten Mal.